So, ja, hallo zu Tag 2. Tag 1 war ja schon, ja, war schon ganz gut und es ist hell. Es ist sehr hell, das ist schon mal schön. Machen wir jetzt mal das Licht hier an. Das läuft nicht flüssig, dieses Spiel läuft nicht flüssig. Ich habe nicht hergekommen. Ne, Licht wollen wir natürlich anlassen. Hm, ich bin... Okay, da brauchen wir einen Schlüssel immer noch für... Hm. Ich dachte schon, was ist das denn, aber... Ach ja, ich mag das, wenn man so rausgucken kann und es ist hell. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nicht so bleiben. Aber wir gucken uns einfach mal um. Das scheint... ...ein Jagdraum zu sein. Okay, das war ein komisches Geräusch gerade. Das war ein sehr komisches Geräusch. Ach, ich wusste, es wird dunkel. Oh nein. Hm. Was ist das? Oh, ich habe mich... Ich habe mich gerade richtig erschrocken vor diesem Spiegel da, weil diese komischen schwarzen Punkte da... Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das muss doch nicht sein. Ich glaube, ich habe schon... Hallos. Halluzinationen. Man könnte auch einfach das Licht anmachen. Okay, wir brauchen immer noch den Schlüssel. Warum wurde die Musik plötzlich so leise? Das war ja mal... ...überhaupt gar kein Übergang. Hm. Hm, 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 hm. Okay. Am besten... Man muss sich auf jeden Fall alles mal genau angucken. Weil, ähm... Sonst wird das wieder so ein Desaster wie mit dem Schlüssel im ersten Part. Okay. Nun gut. Ach, diese Uhr, ne? Jetzt ist es finster. Jetzt ist es wieder richtig finster. Oh Gott. Und diese Uhr ist so laut. Was? Warum ist das... Warum ist die Kerze jetzt wieder ausgegangen? Ach, die war zu, ja. Ich habe aber... Ich habe aber einen Schlüssel. Aber wo passt dieser Schlüssel? Wo passt dieser Schlüssel? Wo passt dieser Schlüssel? Da bin ich hergekommen. Da ist ein Fenster. Okay, es muss aber eine Tür geben, wo dieser Schlüssel passt. Dong. Sonst muss ich vielleicht gleich nochmal... Aber draußen doch nicht. Hier war doch irgendwo noch eine Tür. Warum ist das Licht da schon wieder aus? Hier war doch noch eine Tür, ne? Aber da passt der Schlüssel auch nicht. Das sind keine Türen. Das sind Fenster. Noch eine Uhr. Hier ist ja auch nichts weiter. Ja, aber... Hier ist ja auch nichts. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, meine Diebkerze brennt noch. Immerhin. Nun gut. Hat er nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Aus dem Jagdzimmer? Echt? Aus dem Jagdzimmer? Okay, ich gucke nochmal. Aber ich muss... Es tut mir leid, ich muss den... Ich möchte... Noch geht's... Noch geht's ohne... 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 Den Berliner Akzent. Dialekt. Akzent. Dialekt. Dialekt oder Akzent. Dialekt. Jagdzimmer. Okay, ich vermute mal, das war ein Hinweis. Hier. Aber hier war ich doch eigentlich schon, ne? Oder? War da nicht ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Das muss ja eigentlich das Jagdzimmer sein. Um... Gottes Willen, was war das? Alter Verwalter. Oh. Okay. Okay, da liegt ein Schlüssel. Okay, ich vermute, dieser Schlüssel wird uns in irgendein anderes Zimmer führen. Ich bin nun mal gespannt, wo. Das ist offen. Verschlossen. Das ist sowieso offen. Okay, dann muss es oben sein. Oh Gott, wir kommen weiter. Aber diese WRSD-Steuerung, die, ähm... Ist nicht schön. Oh Mann, was wird's wohl kommt? Da passt der Schlüssel... Da passt der Schlüssel... Um Gottes Willen. Licht, 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 Licht. Ach, das ist noch ein Schlüssel. Ach, das ist noch ein Schlüssel. Dann gucken wir mal, wo der passt. Da nicht. Ich merke mir aber auch einfach gar nicht, wo ich schon war... Wo ich... Ich merke es mir einfach nicht. Okay. Hier unten muss da noch eine Tür sein. Vielleicht... Ist das der Schlüssel? Nein. Die Tür war schon offen. Vielleicht hier. Da passt der Schlüssel. Oh Gott. Oh Gott, wo ist das... Ist das Licht überhaupt an? Ja, das war an. Oh Gott, da ist eine offene Tür. Warum ist da eine offene Tür? Streichhölzer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da hängt eine Lampe direkt über den Tisch... Und warum nicht in die Mitte des Raumes? Oh, da ist ein Blatt. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Das war's? Tag drei. Wow. Oha. Okay. Gut. Dann... Ich bin gespannt, was jetzt beim nächsten Tag passiert. Ähm... Ja, scheinbar geht irgendwas komisches in diesem Haus vor sich. Dann... Dann... sehen wir uns... ...morgen beim nächsten Tag wieder. Bis zum nächsten Mal.